Herzlich willkommen zur ersten Aufnahme Mobile Mittwoch, ein Format, das ich mir jetzt ausgedacht habe, wo ich einfach mal so aktuelle Mobile Games vorstelle. Und das hier ist ein Indie-Game, was ausschließlich derzeit wirklich nur für Mobile-Geräte rauskam, beziehungsweise derzeit für Mobile-Geräte erhältlich ist. Im App-Store habe ich das jetzt entdeckt, weil es gerade aktuell ist, ist glaube ich jetzt vier oder sechs Wochen draußen. Ich habe keine Ahnung, ich habe auf dem Vorschaubild nur gesehen, dass es so ein bisschen Pixel-Plattformer sein soll und der Entwickler hat jetzt auch noch nicht so wirklich viel gemacht. Also komplettes Indie-Game, der Evil-Axe. Und wir gehen einfach mal direkt ins Spiel rein. So, ich habe hier noch nichts gemacht, deswegen machen wir jetzt einfach mal das erste Level. Achso, ja, Play-Level. Okay. Hallo, mein Name ist Aide. Ich werde dir in diesem Spiel helfen. Gut, Glückwunsch. Okay. So. Ja. So, jetzt muss ich ein bisschen auf mein Mikro aufpassen, denn ich muss jetzt mein Handy in die Hand nehmen. So, und muss aufpassen, dass ich nicht mein Mikro verdecke. So. Press the up arrow to jump. Dann machen wir das doch. So. So. Okay. Also es ist ein Puzzle-Plattformer. Avoid falling in the gaps. You will die. Okay. Jump again while in the air to double jump. Also wir kriegen das Tutorial vorgesprochen. Avoid sharp objects. They will kill you. Tombstones are checkpoints. Gut, dass du mir das jetzt erst sagst. So. Also. Die Gräber sind also checkpoints. So. Okay. So. Don't collect coins. Oh. Don't collect coins. Oh. Oh. Also wir dürfen keine Münzen sammeln. Also eine schöne Hommage. Don't collect coins. Beziehungsweise so ein kleiner Shoot gegen andere Jump-in-Ones und Plattformer. Don't collect coins. Wow. Das ist deep. So. Das ist warum du auf Instruktionen hören solltest. Also. Ja. Weil ich bin einfach losgerannt und. Coole Idee. So. Darf ich den Block jetzt nehmen oder bin ich dann tot? Ich probier's mal. Okay. Ja. Das war also nicht clever, weil ich darf keine Münzen einsammeln. Also kann ich da runter? Nee. Kann ich nicht. Das ist einfach nur Gestein. Ach. Ich Idiot. Ja. So. Oh. Ich mach mal ein bisschen lauter gerade. Okay. Ja. So. Aber jetzt nervst du mich aber ein bisschen mit deinem Don't collect coins. Nein. So. Lautstärke ist okay. Also nicht gegen den, gegen den Block springen, weil da Münzen rauskommen. Warning. There are scary and dangerous monsters like this one in this game. Do not touch them. Okay. Okay. Also nicht berühren. Nächster Checkpoint. Jetzt heißt es mit Vorsicht rangehen. Und auch diese Hürde habe ich gemeistert. Okay. Okay. Ja. Äh. Was muss ich denn jetzt machen? Okay. Ich gehe einfach mal auf dieses Fass drauf. Gut. Wundert mich, dass es da gerade keine Ansage gab. So. Das war jetzt richtig fies. Damit habe ich nicht gerechnet. Also. Oh Gott. Also machen wir das Ganze nochmal. So. Ach. Ich bin so ein Idiot. Ich wollte eigentlich auf den blauen Stein springen. Warten. Das war dumm. Nein. Scheiße. Und wieder auf den blauen Stein warten. Ach. Scheiße. So. Ja. Komm. Ein bisschen schneller. Ja. Great job. You are a great platformer. Hm. Ja. Das sieht glaube ich richtig aus. Aber nicht zu nah dran. Ja. War richtig. Go through the bottom. Not the one on top. Okay. Also wir sollen unten lang gehen. Gut. Dann machen wir das. Now go through the top platform. Okay. Dann versuchen wir das. You have to trust me. I want to look out for you. Ja gut. Ich vertraue dir auch. Äh. Ja. Hm. Ja. Aber ich komme doch da gar nicht lang. Ich weiß nicht ob ihr es im Hintergrund hört. Aber ein scheiß Hund. Ich habe nichts gegen Hunde. Aber der bellt die ganze Zeit. Hm. Wie kriege ich jetzt den Block dahin? So, ich muss gestehen, ich komme hier nicht weiter Ich versuche es doch mal da so mit der Ecke Bisschen knifflig jetzt Ja, so, da verschwindet der Block Was wahrscheinlich jetzt total falsch ist Ja, ich komme hier nicht weiter So, ja, aber das war so ein kleiner Einblick in dieses Spiel Ihr könnt es euch kostenlos herunterladen Findet ihr auch im App Store bzw. auf dem Play Store Müsste es eigentlich jetzt auch für iOS geben Das war, ja, dieser interessante Pixel-Plattformer In dem ich gerade nicht weiterkomme Ich sage vielen Dank für die Aufmerksamkeit Und bis zum nächsten Mal Euer HuliNerd Ciao